Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der Traumschleife Wolfsweg unterwegs. Diese Wanderung hat etwa zehn Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann kommt mit. Okay. Ich habe die Zwiebeln mit dem Zwiebeln gelegt. Okay. 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 Noch etwa 2 km, dann sind wir auch schon wieder im Auto. Die Tour hat uns gut gefallen. Vor allem wegen den schmalen Pfaden und den schönen Herbstlaub. Richtig idyllisch. Wenn man am Anfang noch Glück hat, sieht man auch noch einen Wolf. Wir hatten Glück. Leider war er zu weit weg, konnte ihn leider mit der Action-Cam nicht einfangen. Vielleicht gleich noch am Schluss. Wenn ja, machen wir das auf jeden Fall. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020